Mein Name ist Stefan Thome, ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender und das Kamerateam hat meinen Kuchen aufgegessen. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender und habe da die Aufgabe, einen Arbeitskreis zu leiten. So eine Fraktion arbeitet ja sehr arbeitsteilig. Die einen machen mehr Internationales, die anderen mehr Infrastruktur. Die dritten machen mehr Wirtschaft, Finanzen, Haushalt und Gesundheit und Gesellschaftspolitik. Und wir machen Innen- und Rechtspolitik vor allem. Das heißt, zu meinem Arbeitskreis gehören der Innenausschuss, der Rechtsausschuss, der Sportausschuss, der Petitionsausschuss, also der Ausschuss, wo die Bürger sich direkt an das Parlament wenden können, und der sogenannte Erste Ausschuss, also alles, was mit dem Parlament selber zu tun hat, Geschäftsordnungsfragen, Wahlprüfungsfragen, die Immunitätsfragen der Abgeordneten, das fällt alles in meinen Zuständigkeitsbereich. Man hat da schon auch viel zu koordinieren und diese Koordinationsarbeit, die mache ich eigentlich ganz gern. Alltag gibt es eigentlich im Parlament nicht. Alltag, das schwingt für mich mit, so eine Routine, wie sowas immer abläuft. Das ist der Alltag. Aber gerade das gibt es eigentlich nicht. Ja, eine Sitzungswoche läuft nach einem gewissen Raster ab. Aber dieses Raster wird vielfach durchbrochen. Jeder Tag hat ein bestimmtes Grundmuster, nach dem er abläuft. Aber in Wirklichkeit ändert sich da immer sehr viel. Die Regierung legt uns heute ein Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch vor. Reichlich prosaischer Namen, wenn man mal überlegt, wie bislang die Koalition ihre Gesetze immer nennt. Starke Familiengesetz, Gute-Kita-Gesetz, jetzt kommt ein Rückführungsgesetz aus dem Ministerium. Da haben Sie sich noch nicht richtig was einfallen lassen. Ich schlage vor, nennen Sie doch Ihr Gesetz, Koalitionsfriedenrettungsgesetz. Denn nur darum geht es Ihnen. Nur das ist der Zweck dieses Gesetzes. Und nicht wirklich eine Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche. Dass wir ein Recht haben und eine Justiz, die kalkulierbar ist, die gut zugänglich ist, die auch bezahlbar ist, das ist ein Vorteil, der oft gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Die Leute glauben immer, das Recht ist doch was Hinderliches und was Bürokratisches und kostet viel Geld und dauert lang. Eigentlich, wenn man gerecht ist mit unserem Rechtsstaat und unserer Justiz, dann haben wir im internationalen Vergleich sogar ein ziemlich gut funktionierendes Rechtsstaatssystem. Eine korruptionsfreie Justiz gibt es auch nicht überall auf der Welt. Also eigentlich sehr viele Vorteile, die wir nur nicht so richtig zur Geltung bringen. Wir spielen die Karten nicht gut genug aus. Und das noch etwas deutlicher zu machen, wie wertvoll ein gut funktionierender Rechtsstaat ist, auch eine gute Verwaltung, auch wenn man oft auf sie schimpft, das sollte man etwas mehr würdigen. Und das müssen wir aber auch immer wieder sagen. Also natürlich ist Sabine Leutherschnarrenberger für mich eine Person, die mich sehr stark geprägt und geformt hat, die mich auch übrigens dahin brachte, wo ich jetzt bin, könnte man sagen. Aber auch in meinem eigenen heimatlichen Bezirk im Allgäu gibt es eine Dame, die Gisela Bock, die mich sehr stark geprägt hat. Es gibt also sowohl in der kleinen wie der großen Politik Personen, die mich schon stark geformt haben. Ich habe Jura und Geschichte studiert in München, dann auch noch in Speyer. Ich war während meiner Reuterszeit nochmal in Indien an der Auslandshandelskammer. Ich war in Delhi in Kalkutta. Ich war 15 Jahre Dirigent eines Blasorchesters in meiner Heimatstadt Kempten. Ich bin also im Verein immer sehr engagiert gewesen und damit auch aufgewachsen. Ich habe also schon früh angefangen, Verantwortung zu tragen. Wo ich mich auch noch ungeheuer gut erholen kann, das ist bei mir zu Hause im Allgäu in die Berge gehen. Das müssen keine extremen Touren sein. Einfach mal in der freien Natur sein, wo auch eine andere Geräuschkulisse herrscht. Das finde ich sehr, sehr erholsam. Das ist wie Druckbetankung. Da holt man sich wieder Energie. Also so einen Tag irgendwie am Berg zu laufen oder in die Berge zu gehen, das ist wie woanders eine Woche Urlaub machen. Ansonsten lese ich sehr viel. Lesen ist für mich auch das Lesen von Sachbüchern übrigens. Schon die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, mich zu regenerieren, zur Ruhe zu kommen. Und das Gefühl zu haben, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr von der Welt verstanden. Wenn noch mehr Zeit dafür da wäre, dann würde ich auch gern noch mehr Reisen, auch mit den Kindern vor allem. Ihnen ein bisschen was vor allem von Europa zeigen. Ich reise auch gern woanders hin, war viel in Asien unterwegs. Aber das spannendste Kontinent von allen ist doch eigentlich Europa. Es gibt hier ungeheuer viel zu sehen, fast am meisten zu sehen und viel, was das Verständnis für die eigene Kultur und Gesellschaft darstellt. Und deswegen würde ich gern noch viel, viel mehr durch Europa reisen, wenn es denn möglich wäre und die Zeit dafür da wäre. Besonders stolz bin ich darauf, dass der allererste Antrag der FDP-Bundestagsfraktion in dieser Wahlperiode der Bürgerrechte Stärkungsgesetz Antrag gewesen ist, der aus meiner Feder stammte. Und das heißt, der allererste Antrag in dieser Wahlperiode war eines der Bürgerrechte und Grundrechte. Und damit hat die FDP-Fraktion den Ton gesetzt. Was ich sofort angehen würde, wäre das Thema Bürokratieabbau. Denn wenn der Staat sich immer mehr übernimmt, alles immer enger und präziser regeln will, dann werden Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeengt. Dann kommt Privatautonomie, Eigenverantwortung unter die Räder und auch die Verhaltung wird nicht besser dadurch, weil auch Beamte irgendwann nicht mehr wissen, wo sie als erstes hingreifen müssen. Also ich glaube, das wäre ein großes Projekt, diesen Staat schlanker zu machen und damit auch besser und den Menschen mehr Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit zu geben. Ich habe in dieser Wahlperiode versucht, die sexuelle Identität als negatives Diskriminierungsmerkmal in den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 Grundgesetz hineinzuverhandeln. Das ist leider nicht geglückt, aber die Geschichte der Homosexuellen, Inter-, Trans- und Bisexuellen ist ja eine Geschichte der Benachteiligung, Ausgrenzung und Verfolgung. Und es wäre ein wichtiges Zukunftsprojekt deutlich zu machen, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität verfolgt werden darf. Wir haben ja jetzt immer wieder so ab und zu mal eine Präsenzsitzung, Fraktionsvorstand, Fraktionssitzung und da gibt es immer so kleine Lunchboxen und ich esse es nie während der Sitzung. Aber, oder vielleicht nur ein Ding, aber dass es dann weggeworfen wird, finde ich auch zu schade. Und darum bringt es immer mit und darum stapelt sich bei mir im Kühlschrank was Joghurts und Kuchenstücke. Apfel, Joghurt, Kuchen. Ja, sonst wird es weggeschmissen. Das muss ja auch nicht sein. Alright, Deine. Bis zum nächsten Mal.